Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixel Gun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten und ja, schaut mal in die rechte obere Ecke. Wir haben 190 Juwelen und zufällig kostet der Vakuumizer auch 190 Juwelen. Jetzt dürft ihr dreimal raten, was wir heute machen werden. Genau, wir werden uns den Vakuumizer holen, denn es haben so viele geschrieben, hey Danny, hol dir das Teil mal. Und ja, bevor wir uns das Teil holen, habe ich eine Frage an euch, wie natürlich in jedem Video hier. Und zwar möchte ich heute von euch wissen, was so eure Lieblingsserien sind. Ob ihr überhaupt noch Fernsehen schaut oder ob ihr auf Netflix-Serien schaut oder ob ihr eigentlich gar nichts sonst schaut außer YouTube. Und falls ihr nur YouTube schaut, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, was so eure Lieblingsformate sind und von welchem YouTuber die sind. Weil ja, irgendwie hat sich ja das alles verändert. Früher, also damals, als ich noch ein paar Jahre jünger war, habe ich eigentlich nur TV geschaut. Da habe ich eigentlich sonst nichts anderes gekannt. Ich bin von der Schule heim, habe gleich den Fernseher angeworfen und habe mal ein paar Stunden Pokémon geschaut oder Digimon, was immer richtig nice war. Dann kam YouTube, dann habe ich irgendwie immer mehr YouTuber geschaut und deren Formate. Und ja, jetzt noch Netflix dazu und irgendwie halt hält sich da YouTube und Netflix die Waage. Fernseher habe ich jetzt gar keinen mehr eigentlich. Und den Fernseher, den ich habe, der hat nur Netflix-Zugang. Und ja, wir, egal Leute, wir wollen heute den Vakuumizer testen und den haben wir uns gerade geholt. Und zwar ist der Vakuumizer, ja, ich glaube, ihr wisst, um was denn die Frage geht. Ich erzähle euch dann im Kampf noch, äh, im Kampf dann mehr über das ganze Zeug. Na gut, Leute. Ähm, ja, der Vakuumizer ist legendär. Er hat eine Effizienz von 25, ist automatisch und erschießt Laser. In der Kategorie Spezial. Und ich bin gespannt, ob er wirklich so OP ist, wie viele von euch hier geschrieben haben. Und deswegen starten wir hier gleich mal ein Deathmatch, Leute. Denn da bekomme ich heute noch die doppelte Erfahrungspunkte. Und was spielen wir heute? Ich würde sagen, Paradies-Resort hört sich gut an. Naja, mal schauen, was der Vakuumizer so drauf hat. Und dann erzähle ich euch mehr über das ganze Netflix-YouTube-Fernsehen-Zeug. Ja, ähm, ja, es sieht eigentlich gut aus. Er hat Dauerfeuer, Leute. Er hat keinen Zoom. Und irgendwie gibt es auch hier keine Gegner. Okay, man muss hier eigentlich, also drauf bleiben. Er hat, glaube ich, auch keine Mauerdurchschuss. Was ich nervig finde, denn ich mag Mauerdurchschuss. Okay, der Typ hat das Kampfjojo. Und er heißt der Killer. Naja, schauen wir mal, ob er das auch nur durchhält. Oder ob das jetzt mal so ein, ja. Okay, da haben wir schon Revanche. So, plus 30. Und natürlich bin ich jetzt Level 26. Wir sind ja im letzten Video Level 26 geworden. Und ja, ich sollte jetzt schauen, dass ich meine Waffen langsam, aber sicher upgrade, Leute. Denn, ja, dass die auch besser werden. Denn die sollten stärker werden. Die Gegner haben immer bessere Rüstungen. Und deswegen, ja, muss ich schauen, dass ich hier meine Waffen auch upgrade. Weil sonst hilft es natürlich nichts, immer neue Waffen zu kaufen. Und diese sind dann irgendwann schlecht. Und man braucht dann zu viel, um den Gegner zu killen. So, der Vakuummeiser. So, der hat die Mega-Kanone. Die ist einfach so OP. Und er sieht mich nicht. Okay, er hat sich jetzt unsichtbar gemacht. Das war nicht unserer. Und da muss noch irgendwo ein Gegner sein. Da ist er. Da ist er. Und er hat uns auch zerstört. Mit der Mega-Kanone. Und Leute, viele von euch schreiben ja in die Kommentare, denn ich hole dir endlich mal die Wiederbelebung. Ähm, Leute, ich musste dafür Level 27 werden. Da schaltet das Teil erst frei. Deswegen kann ich mir das nicht holen. Aber wenn ich dann Level 27 bin, was ich hoffentlich bald bin, werde ich es mir holen. Und ja, ich muss sagen, der Vakuummeiser hat schon was drauf. Dadurch er eigentlich hier ständig schießt, kann man den Gegner hier gut verfolgen. Und ja, er braucht nicht hier zum Nachladen. Und da kann man eigentlich immer drauf bleiben. Und das ist eigentlich nicht so schlecht. Ihr habt es gesehen, wir haben schon einige Kills mit dem Vakuummeiser hier geschafft. Deswegen ziemlich cooles Teil eigentlich. Danke auf alle für den Vorschlag. Wir haben wirklich viele geschrieben. So, der ist mal weg. Und wir sind zum Glück noch immer erster und wir holen uns jetzt gleich mal den Mech. Ich bin auch gespannt, wie das so ist mit den Gadgets, wenn ich endlich hier in meiner Lobby diese Reparaturband gebaut habe. Denn das verspricht ja, dass man die Abflugzeit von Gadgets kleiner wird. So. Lieber Gegner, was seid ihr? Wir haben bald 1000 Punkte hier und es geht noch eine Minute. So, Ultrakill. Schaffen wir... Ah, jetzt muss ich nachladen. Schade. Schade, schade, schade so. Aber natürlich will ich hier gewinnen. Ich will hier die vierfache Belohnung durch VIP und durch erstes Game hier. Oh, da ist einer unsichtbar. Aber natürlich Vakuummeiser wird hier geholt, Leute. Die wollen hier die Kills mit dem Vakuummeiser. Ah. Und es sind wirklich viele Gegner auf der Map, das macht mir richtig Fun hier zu spielen, muss ich sagen. Aber da kann ich jetzt nicht anders, da muss ich jetzt mit der Mega-Kanone in die Menge schießen, Leute. Denn, ja, dadurch die so explodiert, hat sie eigentlich mehr oder weniger dann doch Flächenschaden. Es steht zwar nicht, dass sie das hat, aber das hat sie. So, der war schlau, der hat nur einen Punkt als Namen. So erkennt man ihn schwierig. Und wir hauen jetzt gleich mal den Mech rein. 1.265 Punkte haben wir hier gesammelt. Richtig, richtig cool. So, Sieg. 33 Pokale. 3.255 haben wir in dieser Saison schon gesammelt. Könnte es gut sein, dass wir es dieses Mal vielleicht über die 4.000 Pokale schaffen. Wäre schon eine coole Sache. Und ich habe auch schon bald 1.000 Münzen mal wieder. Komisch, dass ich wirklich so schnell Münzen momentan bekomme. So, was machen wir noch? Komm, spielen wir Teamschlag. Habe ich auch selten bis jetzt gespielt. In meinen Videos will ich auch ändern. So wie Belagerung habe ich ja auch sehr selten gespielt. So, unser Team ist ready. Na gut, zurück zu den Serien, Leute. Wie gesagt, ich habe früher sehr auf Pokémon geschaut. Und Digimon, das war irgendwie so meine Kindheit, die hat aus Pokémon Digimon bestanden. Natürlich auch am Game Boy dann immer Pokémon gezockt. Mein erstes Spiel eigentlich, was ich so gezockt habe, war Pokémon Gelb. Ich mag das Spiel eigentlich noch immer und möchte es gerne wieder spielen. Und ja, dann wie gesagt, kam irgendwann YouTube und habe dann angefangen, YouTube zu schauen. Eigentlich nicht viel Let's Player. Mir hat immer dieses Vlog-Ding eigentlich sehr, sehr interessiert. Und deswegen habe ich viele Vlogger geschaut und so, dass er richtig Fun gemacht hat. Oder auch viele Technik-YouTube. Ich bin ja sehr technisch interessiert und habe eigentlich sehr viele Technik-YouTube geschaut, wie Felix Bar. Und die hatten halt alle nicht so ein richtiges Format oder so, was man so wie eine Serie schaut. Sondern das war vielmehr so, ja, immer die neuesten Techniken. Und deswegen war ich nämlich auch sehr up-to-date. So, was Technik betrifft. Und ja, seit es Netflix gibt, verschlinge ich eigentlich eine Serie nach der anderen. Und ja, ich habe angefangen mit Breaking Bad. Das hat mich eigentlich in das ganze Serien-Ding gebracht. Das finde ich eigentlich eine mega coole Serie. Ja, dann ging es jetzt weiter mit Orange is the New Black, Stranger Things. Alles mögliche. Ich habe geschaut, ob uns... Ab und zu schaue ich dann auch ein paar Serien parallel. So, wo ist der Gegner? Oh, ich habe da... Mir fast... Ah, da oben. Da ist er. Da ist er. Und ich hoffe, den können wir zerstören. Er spielt mit der Smart-Bersucke. Und yes, da haben wir den Kill, Leute. Runde gewonnen. Ich glaube, ich habe alle drei Kills geholt. Und ich will, wie gesagt, mit dem Markumizer spielen. Der Best of Seven ist das hier. Ja, also wer zuerst vier Siege hat, gewinnt hier. So, da ist wieder der Typ mit der Smart-Bersucke. Der nervt mich eigentlich am meisten. Da unten ist noch einer mit der Smart-Bersucke. So, zwei Kills. Und irgendwo ist noch einer. Da drüben ist der. Ja, wäre eigentlich cool, wenn das Teil ein Ziel hätte auch. Dass es hier einen kleinen Zoom gebe. Aber... Na gut, ist halt eine Spezialwaffe. Ist auch kein Sniper oder so. Und die haben das meistens nicht. Ja, Spezialwaffen habe ich in letztem Jahr, wie gesagt, sehr wenig benutzt. Eigentlich den Laserwerfer am öftersten. Der wurde mir dann irgendwann zu langweilig. Dann habe ich mir ja letztens den Hausdrachen gekauft, mit dem ich nicht so klarkomme. Und jetzt habe ich den Vakuumizer, der eigentlich schon ziemlich OP ist. Ich würde aber, ja, jetzt auch öfter mal zu anderen Waffen greifen. Wie zum Beispiel die Mega-Konone. Aber wie gesagt, die schon in den letzten Videos. Die ist einfach viel zu OP. Und ich habe keine Ahnung, ja, wieso die wirklich so OP ist. Die sollte meiner Meinung nach im nächsten Update genervt werden. Ansonsten macht das alles keinen Spaß. Für manche Spieler. So, ich hoffe, dieses Team-Mitglied kann den zerstören. Ach, wieso? Ich weiß nicht. Das Smart-Bersuche ist nicht so meins. Die kämpfen gerade beide mit der Smart-Bersuche. Und da haben wir die Runde verloren. So, 2 zu 2. Es bleibt spannend. Es wird spannend hier. Natürlich will ich hier gewinnen. Und kommt, Leute. Ich hole jetzt auch schnell die Mega-Kanone. Ich will hier wirklich den Sieg nach Hause tragen. Deswegen schauen wir auch. Oh, da oben sind gleich zwei. Oh, der hat die einen Schuss. So, Doppelkill. Und da haben wir die Runde schon gewonnen, Leute. So schnell kann es gehen. Ihr seht schon, ohne der Mega-Kanone wäre das hier nicht so easy gegangen. Runde 6. 3 bis 2. Und ja, wie gesagt, falls euch dieses Video... 3 zu 2. Falls euch dieses Video gefällt, nicht vergessen, den Daumen nach oben drücken. Würde mich sehr drüber freuen. So, ersten Schuss haben wir. In der Sinn. Und ja, ein Gegner ist noch. Und falls du neuer bist, würde ich mich natürlich sehr, sehr, sehr über ein Abo von dir freuen. Und die Glocke aktivieren, wenn du das auch noch machst. Das wäre herrlich. So, Sieg, Leute. Wir bekommen hier 33 Pokale. Jetzt haben wir fast die 3.300 geknackt. Das heißt, wir waren fast der beste Spieler. Belohnung. Erste Spielbelohnung für den, ja, erster Sieg hier am Tag. Also erstes Mal Teamkampf hier bestellt. Äh, nicht bestellt. Gespielt, Leute. Und dann auch noch den VIP-Bonus. Also 60 Erfahrungspunkte, 12 Punkte und 3 Medaillen. Ja, letztes Video sind wir hier auf Level 26 aufgestiegen. Und wir haben schon wieder 122 Erfahrungspunkte. 47 brauchen wir. Haben wir hoffentlich bald. Und ja, wir schauen in die Waffenkammer. Da schlüpfen anscheinend einige Tierchen. Ich habe ja jetzt angefangen, endlich wieder diese Eier zu holen. Okay, es war nur ein Tierchen. Aber noch gut, Leute. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen, aber feinen Eindruck hier in den Vakuumizer geben. Ich werde den, glaube ich, auch die nächste Zeit öfter spielen. Finde ich eigentlich recht cool. Und ja, hat eigentlich schon was drauf. Weil er eigentlich so automatisch ist und man da sehr lange auf was zielen kann, ohne hier nachladen zu müssen. Also, wie gesagt, falls es gefallen hat, Daumen nach oben geben. Schreibt mir eure Meinung bitte vom Vakuumizer bitte in die Kommentare. Ob ihr den auch schon habt oder ob ihr den euch holen werdet. Ja, vielen Dank für's Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut auf alle Fälle rein. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao.